VFR-TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Einen schönen Gruß an alle Zuseher zu Hause und an unseren Chefcoach, Agi Janikis, der die Pause länderspielbedingt gut genutzt hat mit der Mannschaft. Agi, wie ist die aktuelle Situation vor dem Duell am Freitag? Einen schönen Morgen zusammen. Personell sieht so aus, dass wir zwei Krankler haben mit Marian Saar und Marti Triani. Marian Saar kann wieder einsteigen, war die letzten Tage aber krank, wie gesagt, und Janis Letar hat ein kompletteres Sprunggelenk. Das zur personellen Situation, allgemein ist es so, dass wir natürlich die Woche aufgearbeitet haben, die Zeit genutzt haben mit Einzelgesprächen oder Gruppengesprächen, das Ganze aufzuarbeiten, aber auch mit Analysen, aber auch durch intensives Training, durch Stärkung der Abläufe, durch wieder sicherheitsgewinnigen Abläufen, die uns abhanden gekommen sind aufgrund der englischen Wochen. Da war nicht viel Training möglich und das wir genutzt haben, aber auch momentan ein bisschen ein, zwei Tage abzuschalten, um uns auf die kommenden Aufgaben zu fokussieren. Ich schaue kurz auf den Gegner. Aktuell Rang 17, Einzeiter mehr als wir auf dem Konto. Wie schätzt ihr die Mannschaft ein? Der Jena ist gut gestartet, da ist jetzt ein bisschen eine Ergebniskrise, obwohl sie ordentlich spielen. Ist eine variable Mannschaft, die mal hoch anläuft, zustellt, aber auch tiefer steht, mal lang spielt, aber auch flach. Fußball spielt, die sehr aggressiv spielt. Ja, aber wir rechnen uns da auf jeden Fall in jedem Spiel Chancen aus, um das Spiel zu gewinnen. Wir gehen jedes Spiel rein, um es zu gewinnen und es wird weiterhin so sein. Dankeschön für diese einführenden Worte und damit habt ihr auch schon wieder ihr das Wort. Ja, kurz nochmal zu Jena. Sie haben gesagt, sie spielen variabel. Was macht sie denn noch besonders aus? Irgendwie ein Flügelspiel, ein paar Spiele durch die Mitte, irgendwelche bestimmten Systeme, die sie erkannt haben? Ja, das System spielen sie ja aus dem 4-2-3-1, haben auch schon 4-4-2 gespielt, 4-3-3 auch gespielt. Das ist die Herangehensweise, die haben starke Folgen, einen robusten Mann. Ja, die haben Tore geschossen durch Flachspiel, die haben Tore geschossen durch Langerspiel. Das heißt, da sind sie ein bisschen unberechenbar, auch variabel, aber das ist okay. Ja, es ist eine intensive Mannschaft, die hohes Tempo geht, die aggressiv spielt. Ja, darauf geht es sich einstellen. Ja, jetzt gerade gesagt, intensive Mannschaft, erwartet man vielleicht auch intensive Spiele aufgrund der Situation. Auch die haben sechsmal jetzt nicht gewonnen. Da braucht er jetzt mit zwei negativen Erlebnissen vor der Pause. Können wir so ein Kampfspiel werden am Freitagabend dort? Ja, ich glaube, ich kann nur von uns sprechen. Ich glaube, wir sind uns alle der Situation bewusst. Wir sind aber reflektiert genug, um zu wissen, dass wenn wir Spiegel in Köln gewonnen hätten, die jetzt 8 oder 9er wären, da hätten wir im März andere Dien gesprochen. Das heißt, die Liga ist so eng zusammen und die Spiele sind sausau eng. Ja, so wird auch dieses Spiel sein. Für uns heißt es, uns für unsere guten Phasen zu belohnen. Das haben wir in der Vergangenheit zu selten gemacht, ja, um eine gewisse Konstanz herzubringen. Sie haben gesagt, es gab Gruppengespräche, es gab Eisegespräche. Waren die da Situation geschuldet oder hätte man die generellen machen? Ja, ein bisschen beides. Ja, wir nutzen immer so Phasen, so Pausen und Spielen auch eins zu sprechen. Da haben wir nicht diesen Vorbereitungsdruck auf den nächsten Gegner. Ja, da geben wir auch Feedback in allen Bereichen. Da wäre eh vonstatten gewesen, wenn da eh passiert. War eh auf dem Schirm, auf dem Plan. Ja, und das hat sich bedingt. Sie haben selber gesagt, man hätte von anderen Dingen gesprochen, wenn man Köln gewonnen hat. Jetzt hat man Köln verloren. Auch wenn Sie sagen, die Tabelle ist nicht so, dass es im Vordergrund steht. Aber ist man sich momentan in der Situation bewusst, dass es doch irgendwann mal einen Abstiegskampf wurde? Oder ist es noch viel zu früh? Nein, wir sind uns generell der Situation bewusst, dass wir sagen, wir haben zu wenig Punkte, wir haben uns zu selten belohnt. Und wir haben in guten Phasen zu wenig rausgeholt. Das ist so. Und wir kriegen durch individuelle Fehler auch oder schlechte Phasen auch zu leichte Gegentore. Das wissen wir. Das haben wir analysiert. Die Tabelle ist saueng. Ist ganz eng. Natürlich stehen wir darüber stehen. Aber wir sind reflektiert genug. Wir wollen nicht schön werden. Wollen wir nicht. Keine Frage. Aber wir sind reflektiert genug zu wissen, okay, es kann sich auch in ein, zwei, drei Spielen wieder umkehren. Weil es wirklich so eng ist und so umkämpft ist das Ganze. Ja, und wir in jedem Spiel auch gezeigt haben, wozu wir fähig sind. Auch in Phasen der Saison gezeigt haben, wozu wir fähig sind. Müsst nur das Ganze konstanter hinfliegen. Wenn man die Mannschaft jetzt sieht, im Trechentraining, ist die Stimmung sehr, sehr gut? Ist die Mannschaft gebildet? Ist alles so, wie man es sich vorstellt? Oder ist jetzt irgendwo Defizite? Nein, die Mannschaft ist sehr, sehr reflektiert, sehr fokussiert. Die Trainingswoche, letzte Woche war sehr gut. Diese Woche genauso sehr engagiert. Alle, aber die Wochen davor genauso. Jetzt vielleicht nicht konzentriert, aber aufgrund der Situation, der Eindruck, den wir bisher haben. Ja, und das hoffen wir, dass wir noch Platz kriegen. Sie haben gesagt, Marien Sack wird zurück bei Entriani, haben Sie nichts gesagt? Marien Entriani ist auf dem Fahrrad heute. Da wird der Kreislauf aktiviert. Dass er morgen wieder einstellen kann, dass er da kann. Rechnen Sie mit beiden, dass er auch schon reich von der Startelf sind? Ja, das werden wir sehen. Ich glaube, Marien fängt einen Tag früher an mit der Mannschaft zu trainieren. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlicher, dass er bis Freitag hergestellt ist. Zumal wir morgen früh schon abreißen oder morgen früh Tränen haben und dann erst abreißen. Das heißt, es ist nicht so, dass er bis Freitag Zeit hat. Das heißt, wir müssen morgen Entscheidungen treffen vor der Abfahrt, was passiert ist. Ja, ob die Spieler bereit sind oder nicht bereit sind. Bei Marien werden wir heute einen Eindruck kriegen, bei Mati morgen im Tränen, sofern er einsteigt. Und dann werden wir entscheiden. Nochmal zum Thema Einzelgespräche, Gruppengespräche. Ja, so dieser Faktor Psychologie, der spielt jetzt wahrscheinlich eine wichtige Rolle. Wie stabil ist denn die Mannschaft? Das macht sich einen Eindruck mental. Das ist ja immer ein Faktor, den kann man zwar nicht messen, aber so einen Eindruck kann man ja gewinnen. Ja genau, das ist nicht messbar, aber in den Gesprächen ist jeder sehr reflektiert. Ja, aber auch analytisch und die Spieler schätzen das so ordentlich ein und gut rein. Auch selbstkritisch. Also eigentlich macht die Mannschaft mental den guten Eindruck. Nach dem Köln-Spiel wurde sehr viel kritisiert. Werden Sie da positiv in dem Köln-Spiel, wo Sie mitnehmen? Ja, wir haben eine ganz schlechte erste Halter gespielt, aber der Hochkehrprozess in der zweiten Halter war von den Chancen, die wir rausgespielt haben, von den Spielen leider besser. Paradoxerweise gibt es da das 0-1 in der Phase, wo es halt besser ist. Wer hätte das in der ersten Halter zu bekommen, hätte sich keiner beschweren können. Ja, so war es so. Im Endeffekt, ja, haben wieder Pech mit dem Lattenschuss. Ich glaube, das sind die Mannschaft, die am meisten Atomien getroffen hat. Mit 8 Mal. Kommt noch auch in die Suche. Also, ja, dass wir dran gelaufen haben bis zum Schluss. Die letzten 10 Minuten, glaube ich, waren 3-4 Chancen, um das umzukehren. Dass wir konditioniert auf der Höhe sind, bis zur über 90. Minute zu gehen. Das war positiv. Ja. Sofern wir was Positives bei dem Geld rausziehen können. Aber wir sind da auch, ist unser Job auch in negativen Phasen auch beides zu analysieren, das Negative und das Positive, genauso in positiven Phasen auch das Negative zu suchen, damit der Entwicklungsprozess voranschreitet, den wir auch angeschlossen haben. Torben Rehfeld hat mir gesagt, er hat sich vorne sehr wohl gefühlt. Wir haben früher dann schon gespielt. Ist es nur eine Ausnahme gewesen zum jetzt oder jetzt, also alles oder nichts, oder ist es wirklich die Option, der vorne als Kopfballstabenspieler? Ja, ich meine, es ist ja kein Gleiches, dass wir im vorigen Spiel ein bisschen dumm gesetzt sind, aufgrund der Situation davor, es ist halt so. Und Torben, wie heißt, Cockerstadt und das war eine Ausnahmesituation, dass jetzt dann nach vorne geht. Torben Rehfeld ist, glaube ich, gelernter Innenverteidiger und hat seine Profifußstapfen als Innenverteidiger auch gemacht und will sie weiterhin tun. Und diese Geschichten sind dann Ausnahmesituationen, weil man gemerkt hat, Gegner steht im 10-Mann-Tief. Ja, dir fehlt an dem Tag ein bisschen die Sauerkheit, um alles durchzukombinieren, was okay ist, weil du wieder Rücksprung herlaufen musst und dann hast du 10 Minuten oder 8 Minuten oder 7 Minuten, glaube ich, mit der Brechstange probiert. Torben Rehfeld, ein guter Zielspiel. Gibt es Spieler, ich weiß, ich möge das Wort zweite Reihe nicht, aber gibt es Spieler, die zuletzt nicht so gespielt haben, wie die Auftränkerei, die einen Schritt nach vorne gemacht haben in der Entwicklung? Ja, es ist immer schwer zu sagen, wir haben hier und da ein bisschen rotiert, was ist jetzt zweite Reihe, was ist erste Reihe, nehmen wir jetzt Zwickau und Köln als Maßstab, dass das die erste Elf ist oder ist das eher die erste Elf von Münster. Ja, das ist immer so eine Sache im Endeffekt. Jetzt kann ich sagen, dass die Mannschaft sehr engagiert trainiert, alle sehr engagiert sind. Ja, gutes Training abliefern, aber schon die ganze Zeit. Jetzt vielleicht nochmal ein Tick schärfer, weil die sind nochmal ein Tick schärfer geschärft worden, aufgrund der Situation, das ist nochmal so. Ja, aber ich kann es keinem jetzt da speziell aussehen. Dann ist alles beantwortet, ich gebe mir die Gelegenheit nochmal hinzuweisen, morgen Abend die Partie, beziehungsweise am Freitagabend die Partie dann ab 18.30 Uhr schon, ich bin schon heiß, ich könnte morgen schon schaffen, ab 18.30 Uhr bei Telekom Sport das Topspiel der Woche und wie immer natürlich alle Infos dann auch im VfR-Live-Ticker unter www.vfra-alm.de. Toi, toi, toi. Gute Trainingswoche noch für dich, Agi und die Mannschaft und dann sehen wir uns auf Freitag. Bis dann, tschüss.